die gleiche Bruchtsorte wieder neu auszubringen das fand ich persönlich ein bisschen schade ja gut, das haben sie abgefixt das war ja, das war ja so, ok das war ja, das war ja wirklich so so, ich fahr jetzt direkt auf dich zu ja und ihr hast es ja, den hat das hab ich nicht gesehen, diesen kleinen Fritzel den, den, nein, wirklich, den den hat der garantiert auch nicht gesehen doch, ich hab ihn gesehen mach mal auf äh, nein, machen wir gleich sobald wir im anderen Feld sind weil, sind ja noch 86%, sind ja 86% erst drin, also aber, lieber Spyro, du hast gerade echt was verpasst bei Deadpool äh, ich dachte, du hättest jetzt auch noch das Ding wäre da ein Medrischer geschrottet, aber uh, 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 uu, uh, uu, uu, nö, wir haben ja jetzt mit Chillen haben wir gerade erst angefangen ähm, Spyro, sag mal ma Cento äh, hast du schon mal mit Torsten irgendwel, schon Junge gespielt? ja äh, ja wie gut kann Torsten zielen? Lieber Spyro, vorsichtig mit dem, was du jetzt sagst, okay? Vorsichtig mit dem, was du jetzt sagst. Wenn du ein bisschen links und rechts rumhüpfst, so wie Sven. Ähm, Spyro, also wenn du dir das Deadpool anguckst, siehst du Thorsten, du schaffst es nämlich nicht. Wieder mal, aber, und du, oh, noch ein Lack zum Kratzen. Nee, aber auf jeden Fall, äh, fünf Meter, ich sag mal so, äh, du hast eine sehr gute Chance, nicht mal einen Kratz abzubekommen. Obwohl du stehen bleibst. Mhm. Äh, Thorsten, tut mir leid, das ist sauer, aber deine Zehnaulichkeit ist am Arsch. Ich weiß. So, und dann gibt man dir auch, gibt dir das Spiel auch noch den Tipp, dass du mit dem Controller den LB drücken soll. Wo? Ja? Ja? Verfolgt er das? Nein. Warum auch? Auf die fliegenden Ziele. Nein, verfolgt er einfach nicht. Nein. Ach. Aber, Beirut, gestern hast du was richtig in der Stelle verpasst. Beim ETF-Frieg. Ah, okay, wir haben mal ein instabide Seitenlage, ja? Mhm. Ey, sag's nur so. Wie war das, Thorsten? Du fährst doch gottgleichst und ein Auffahrt, eine mit geringer Geschwindigkeit, KEEP. Du fährst halt bei ETS, du erkennst nicht. Aber, Wolf, und ich habe gelegen. Wir haben gelegen. Mal lachen aber, oder? Ja, dann sicher vor lachen. Ich kann das, KEEP. Also nix Neues. Ich sch... Oh, das ist schon der Zipfel, was eben. Wo? Wo? Okay, das geht jetzt gerade ab mit beim Drehen. Ist schon okay. Okay. Äh, toll, die, 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 die Saatmaschine ist leer. Gut. Ja, dann mach voll. Ja, dann muss ich erst mal zum hier... Warte mal, ich glaube, dann muss ich dir aber erst mal, äh... Richtig Geld geben. Ja? Ja. Äh, plus 10.000, ja. Das sollte aus... Aber auf jeden Fall, wir haben es so gelegen. Genau wie Trost und Krab. Übrigens, bei der letzten ETS-Folge, wo wir Richtung Frankreich gefahren sind, ne? Ich sag mal dazu zu viel. Ähm... Bis... Bis zum Ende... Bis zum Ende... Bis zum Aufnahmeende? Meine Trosten hier... Ach, na, fahr jetzt mit voller Geschwindigkeit schnell das noch zu Ende. Nein. Ich muss schnell... Ich wollte eigentlich nicht so lange bleiben. Mhm. Die Serpentinen, die sind noch nicht so schlimm. Genau. Ich hatte genug Sicherheitsabstand und konnte, konnte hier schön langsam zum Stehen kommen und nichts wieder mal verwehen. Oh, ich hab so richtig gesehen, Trosten, so richtig schön, aber richtig wie in Zeitlupe. Kiep. Also quasi so wie auch F1-Pferde. Du spritzt in die Kurven reinfahren und fizisch begremmen. Allgemein zu schnell wollen. Zu schnell geht bei F1 nicht. Doch, geht. Dann ausprobierst du das nicht. Also zu schnell nur Kurve fahren geht irgendwie bei F1-Folge nicht. Mhm. Und dann verließ du so viel Geschwindigkeit nach der Kurve. Das ist eigentlich Schwachsinn. Ja. Äh. 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 Weißt du, wie lange er daran gebraucht hat, um mich wieder einzuholen? Äh. Äh. Dann wahrscheinlich ewig, weil er doch das dann mal umgekippt bis in der Zeit. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das war, glaube ich, das erste. Das war das einzige Mal. Also zumindest, was ich gesehen habe, ne? Ja. Sagen wir einfach mal ja. Und was haltet ihr von den neuen F1-Kuchen? Äh. 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 Ich hab die... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die Präsentation auf Twitter verfolgt. Und teilweise muss ich wirklich sagen, die Wagen gefallen mir nicht. Die sehen zwar kraftvoll aus, keine Frage. Aber, äh. Naja. Aber ich freu mich ehrlich gesagt schon auf den Auftakt. Müsste jetzt auch jetzt demnächst sein. Also von den Zeiten, die heute und gestern gefahren wurden. Mhm. Ich mein, muss man immer vorsichtig sein, was an Sprengen drin war. Mhm. Es hat, äh, Verstappen und auch ein Regado nochmal extra für uns. Weil die drei Sekunden dahinter waren teilweise die Red Bulls. Mhm. Glauben furcht das nicht, dass die drei Sekunden dahinter sind. Also... Mhm. Das ist schon wieder dieses lustige Takten, was wir alle kennen. Ähm. Ferrari und Mercedes scheinen auf einem Niveau zu sein. Mhm. Wer? Was? Ferrari und Mercedes scheinen auf einem Niveau zu sein. Okay. Also Vettel war gestern mit der jeweils härteren Reifenmischung. Das ist jetzt nämlich der Knaller. Mhm. Ähm, Hamilton ist gestern, gestern gefahren auf Soft. Ja. Vettel war ein Niveau dahinter auf der, auf der eine härteren Mischung. Mhm. Also auf Medium. Ja. Mhm. Ähm. Heute ist Hamilton Zugsaft gefahren. Und war sogar langsamer als Reikön auf, äh... Oh, da lässt aber viel stehen, Thorsten. Ja, ja, ich weiß. Das ist aber schon alles korrigiert. Ähm. Alles. Alles. Ähm. Ein paar hundertstel schneller gewesen als Hamilton heute. Mhm. Okay. Okay. Also es lässt hoffen, dass es mal endlich wieder entlang wird halt. Äh, by the way, wann ist der Saisonauftakt? Weil das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Stirm. Ich müsste, das müsste jetzt... Großartig. Das ist ja jetzt mal eine Aussage, mit der kann man jetzt richtig gut arbeiten. Wieso? Ja, sag ich dir gleich, wenn der Spring vorbei ist. Mhm. Ähm. Äh, du weißt doch, du weißt doch hier, wenn die... Das wissen doch jetzt alle, weil der Saisonauftakt ist. Äh... Ja. Letzter März. Letzter März. Letzter März. Okay. Danke. Das ist so... Das ist so... Und damit kann man arbeiten. Nein. Ihr wisst ja, Geburtstag und ich... Äh... Fangen mehr, ne? Okay. Ja, aus Australien. Ja, äh... Standard-Saisonauftakt. Sie starten und nicht nur um 14 Uhr oder... 14 Uhr. Dann kann ich mir das Vormittler, dann kann ich ihm nicht an Rennen mir nur gucken. Um vier Uhr meint es wohl. Ja, das ist mit einer Aussage. Die sind ja mal vier um vier oder sowas gefahren. Ja. Dadurch, dass es drei Stück nach hinten geschoben haben, ist Rennen wir gehen sie 7 Uhr morgens. Ja. In Europa. Ja, eben so. Das... Bei 14 Uhr, da wär's ja schon stockend duster in Australien. Ne, äh... Ich meinte Ortzeit. Die sind von 14 Uhr Ortzeit auf 7 Uhr Ortzeit runtergegangen. Äh... Ach was? Auf 7 Uhr Ortzeit sind die doch drüber gegangen? Mhm. Die sind auf 17 Uhr Ortzeit runtergegangen. Ach 17 Uhr Ortzeit. 17 Uhr Ortzeit. Ja, 17 Uhr Ortzeit. 17 Uhr Ortzeit. Übrigens hatte... Die Pläne vom neuen Investor an sich... Mhm. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, die finde ich gar nicht mal schlecht. Hm. Äh... Auf jeden Fall. Das ist ja auch von dem... Von dem... Von Ecclestown ja. Ein bisschen der Events aus dem Landveranstaltung machen. Ja, dann lachen wir wandelnde Mumia. Ja, vor allen Dingen was Eccleston an hier Promotergehälter noch kassiert hat. Da hat er die ganzen Rennstrecken arm gemacht. Ob Deutschland nicht vielleicht doch mal im Rennkalender auf ist übrigens immer noch nicht ganz safe, ne? So mein... Okay. Okay. Ich bin da jetzt... Wenn du jetzt hier als Promoter wegfällst und die ganzen Gehälter davon... Weil der hat ja 50% passieren, dass die Deutschland wieder reinnehmen. Und da hat doch hier 75% hier... hier von den ganzen Einnahmen hier kassiert. Als Promotergeld. Der hat ja alleine irgendwie, dass du einen Grand Prix ausrichten darfst, musstest du ja schon 40 Millionen oder so was an den Zahlen. Eben, eben. Mhm. Deswegen sind die Eintrittsreise so explodiert und und und. Mhm. Und da hat jetzt der Ami ja gesagt, okay, wenn Eintrittskarten, wenn die schon so teuer sind... Ja. Ähm, der will nicht wirklich groß wohl an den Eintrittskarten zurückschrauben. Mhm. Aber... Ich will dann auch mehr Musik und 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 dazu... Mhm. Okay. Ich hab dann... Obwohl ich so viel Geld zahle, ich krieg mehr als nur Formel 1 halt. Mhm. Mhm. Und die neuen Autos, ich glaube wirklich, äh, Pirelli munkelt, dass die 5 Sekunden schneller sind. Okay. Das heißt, wir schlagen sehr wahrscheinlich sämtliche Strecken rekordet, die seit Anfang der 90er stehen. Mhm. Ja, guckt. Mhm. Guckst mal ab hier. Äh, ich habe gerade. Ich fang mit nem Lerntank an. Ja, ich seh's gerade, ich seh's gerade. Ja. Aber... Also... Wir waren heute bei 1,20 hoch. Mhm. In Barcelona. Die Bestzeit in Barcelona steht bei 1,19. Okay. Nein. Aber... Es ist der absolute Strecken rekord. Dazu musst du aber auch sorgen, dass diese, äh, hier... Dass diese, äh, Autos auch breiter sind. Und die... Die Reifen jetzt haben ja. Die Hinterrassen sind 70% gewachsen. Eben. Was? 70? 73. 70 Millimeter. 70 Millimeter sind die gewachsen. Äh, 70 Millimeter. Du hast 70% gesagt. Entschuldigung, ja, war mein Fehler jetzt. Mhm. Wesentlich mehr Attraktion oft sind. Ja, ja. Gerade mit dem, ähm... Wenn du halt die Elektro-Einheit hast, die erbaut direkt... Mhm. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, halt, dass ihr zur breitereit nicht mehr habt. Definitiv. Die voller Reifen sind aber auch ordentlich gewachsen, ne? Mhm. Ja, ich glaub, auf 305 Millimeter, ne? Okay. Ja, das wär's nicht neu. So genau bin ich noch nicht. Ich hab's... Ich hab's für heute auch Spaß mal angeguckt, wenn mich es einfach interessiert hat, was sich überhaupt an Regeländerungen getan hat und so weiter. Dass der Heckflügel jetzt extrem fängt, finde ich eher sogar gut. Mhm. Aber hast du gehört, was der Hammel wieder losgelassen hat? Ja, ey, komm, das ist das der Typen... Das ist der... Das ist der... Weißt du, das ist ein Psycho-Krieger. Das ist ein Psycho-Krieger. Ja, das ist... Ich kann es... Ich kann es nachvollziehen. Ich muss... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann ihn sogar verstehen. Ja. Aber das ist aber auch geil. Ich werde doch schnell sagen, wir lassen, wir haben jetzt noch nicht gesagt. Wir machen jetzt lieber einen Tag.